Carhartt ist eine Firma, die sich nun wirklich nicht nur aufs Klamotten produzieren beschränkt. Der ein oder andere, der sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, der wird das wissen. Carhartt sind sehr aktiv im Bereich Skateboarding, im Bereich Kunst. Sponsorkünstler, Sponsonsportler kümmern sich um Skatespots, Skatehallen. Dieses Shirt stammt aus der Artist Series des Designs von Benny Gold, heißt Skatespots. Wie ihr sehen könnt, hat das auch seinen Grund. Der Halfpipe, wir sind Stufen, Rail, Cross Quarterpipes, Ledges, dies, das. Skateboarding, nicht schlecht für eine amerikanische Arbeitsklamottenfirma, so sehr in so einer Szene oder so vielen Szenen unterzukommen. Respekt!